Wir haben heute schon wieder sehr festlich gegessen. Kassler mit Sauerkraut und Artoffelpüree. Das muss jetzt, oh Gott, mit einer Hand, einmal am Baby vorbei in den Kühlschrank. Also dem wasche ich gerade Wäsche. Und Xarok. Schon zu? Ja. Bauten wir gerade ein Gewürzregal da in die Ecke. Wir hatten da schon mal Holz gekauft. Und wollten da so ein zweistöckiges Dreiecksregal hinbauen. Das haben wir nie gemacht. Und dann haben wir hier endlich mal so eine Platte drauf getan. Da war nämlich so eine Pressholzplatte drauf mit Tischdecke drauf. Und es war nicht mehr schön, da haben wir die gekauft. Und da ist so in der ganzen Länge so ein Stück abgefallen. Und da macht er mir jetzt gerade so Regalbretter draus, die wir dann da so und noch eine Reihe so hinmachen. Das macht es noch einfacher und sieht auch noch schön aus, hoffe ich. Und dann kommen da unsere Gewürze rein. Oh, meine Bretter sind da. Vier Stück. Vier Stück. Sehr gut. Dann gehen wir weg. Machen wir mal Platz, bitte. Für sauber machen. Ja, ich weiß es, die Zuschauer nicht. Wir haben nur vier Winkel da. Und man kommt natürlich spontan auf die Idee, ach, wir wollten noch vor zwei Jahren mal ein Gewürzlegal dran machen. Hab heute mal ein bisschen Zeit wieder. Und hab gedacht, warum mal nicht. Das ist so toll. Das freut mich so sehr. Ihr habt ja gesehen, wie dreckig es da war und immer noch ist. Und dadurch wird es nicht sauberer. Aber übersichtlicher. Es sind so viele und es ist so unübersichtlich. Und dann merkt man plötzlich, man hat welche doppelt. Und ja, ich freue mich. Schön wird es schön. Schau mal, wie schön. Blub. Was bist du denn da für Verrenkungen? Bist du rückwärts gerutscht? Ist das bequem? Ja? Sieht lustig aus. Ja, weiter geht es nicht mehr. Hier sind ja schon Dübel. Da war wohl auch mal was dran. Hallo? 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 Das dürfte passen. Das ist ja ein schönes Bett. Gell? Ich krieg ein Gewürzregal. Es nimmt Formen an. Ey, was tut du da? Schön. Moment. Freude. Nummer 1. Nummer 2 sieht auch schon so fertig aus. Ja, fast. Hier ist es aber noch nicht. Genau. Hier steht jetzt ein Bett. Noch ein Bett, noch ein Bett. Das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Ich bin verzaubert. Das ist ja der Wahnsinn. Da ist plötzlich so viel Platz. Da liegt noch der Handstaubsauger, aber das macht ja nichts. Da ist plötzlich hier, hier überall standen die Gewürze und jetzt ist hier so viel Platz. Und das sieht so schön aus. Und man sieht, wenn man welche doppelt hat, zum Beispiel hier zweimal Koriander. Warum? Keine Ahnung. Weil ich es nicht gesehen habe und Neues gekauft habe. So schön. Dankeschön. Okay, da hatte Koriander noch spontan die Idee, das Wohnzimmer umzuräumen. Ich habe jetzt mal den Oskar ins Bett gebracht. Mal schauen, wie lange er schläft. Und hier sieht es ja schon ganz anders aus. Also hier nun nicht, aber hier steht jetzt schon der Fernseher. Der stand vorher da, für die, die es nicht wissen. Ja, hier, hier, hier. Oh, Kabel. Aber nicht mehr so viel wie früher. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann aussieht. Ja. Okay, jetzt sieht es chaotisch aus. Hi. Ich meine, hat auch was so. Ja, das muss einfach so. Es ist unpraktisch. Das ist unpraktisch. Weiter geht's. So, der Morgen danach. Oh je, das sieht echt übel aus. Ja, ich habe voll den Kater. Ich weiß, ich sehe es jetzt. Nein, irgendwie haben wir Chaos gemacht. Aber dafür bin ich jetzt gespannt, wie es im anderen Zimmer aussieht. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir räumen ein Zimmer komplett voll, dann haben wir in den anderen Zimmern mehr Platz. Wir brauchen schon eine Tüche. Wir müssen eigentlich Speise machen. So, und jetzt? Oh, 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 wo sind unsere Sachen? Oh, krass. Rolle hoch. Hier so, Tür, gehst du weiter auf? Nee, gerade nicht. So viel Platz. So. Wow. Gut, die Couch steht aktuell andersrum, als wir es haben wollten, aber das macht an sich nichts. Oh, Fernseher, Schränke. Wir können hier tanzen. Hier können wir. Oskar. Und Findnis machen. Und Eins und Zwei und Drei. Ist ja richtig Platz. Bei den Schränken, die wir noch gucken, das passt alles nicht so ganz wunderschön. Da müssen wir mal noch schauen. Aber wir finden schon eine Lösung. Und dann haben wir hier so viel Platz für den Oskar zum Spielen. Ja. Boah. Was sagst du dazu, Oskar? Wie findest du es? Hattest du den ersten Satz gesagt? Er hat dir hierher gesagt. Ich glaube, er freut sich. Ja. Über die Kamera. Schön. 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 Heute gibt es mal nur Cornflakes. Und dann kommt der Inhalt von dem Schrank da rein. Dann kommt nämlich der Inhalt von dem Schrank da rein. Ähm. Landet nicht viel im Mund, aber das macht nichts. Hauptsache es macht Spaß. Magst du was? Oskar? Magst du was? Ich glaube, der mag gar nicht mehr. Ich glaube, der mag nicht mehr. Nee. Der ist beschäftigt mit seinen Krümeln. Die fliegen so schön rum. Ach ja, und Sarok macht noch einen Kuchen. Naja, stimmt. So nebenbei. So sieht die Scheibe schon wieder so dreckig aus. Die hast du erst geputzt. Gibt es ja nicht. Naja, der wird auch lecker. Marmorkuchen. Der Kuchen ist schon fast fertig. Braucht aber noch kurz. Und Robert ist auch schon unterwegs. Gut machst du das. Läuft. Sarok, dein Kuchen kooperiert nicht mit mir. Hol den mal raus. Will der nicht? Nee, der will nicht. Oh wei. Hab ich es verkackt? Aber da stehen auch noch die Stühle auf dem Tisch. Das ist normal bei uns. Die stehen immer oben. Hier steht auch noch einer. Okay, also liegt es nicht an mir. Sehen Sie jetzt. So schön der Kuchen. Und jetzt geht er bestimmt gleich kaputt. Dann nimmt er sogar die Brille ab. Oh je. Jetzt wird es heftig. Ai, ai, ai. Hast du es geschafft. Er ist raus. Er ist sogar heil geblieben. Du bist auf die eine Stelle hier. Oh, der sieht gut aus. Der sieht echt gut aus. Oh, super schön. Ach so. Ach so. Oh, die Kamera hat ein Stück rausgebissen. Aber ich dachte so, ah, aber hopp. Nein, der sieht gut aus. Er sieht super aus, ja. Er sieht zwar von außen irgendwie komischerweise nicht so ein Marmorkuchen. Ja, komisch. Ich weiß, dass er lecker sein wird. Ja. Und er hat so viel Platz haben zum Spielen. Und er da drin sowieso nicht gerne liegt. Okay. Einmal wieder abwauen. Auch mal. Ja. So. Blick von der Kautschers. Schön. Ich glaube, so viel Weitsicht hat in dem Wohnzimmer noch nie. Aber von mir sind wir die letzten zwei Tage nicht so weit gekommen. Nee, tatsächlich nicht. Weil gestern war deine Mama da. Heute war die Cousine da. Ja, und jetzt ist es schon wieder abends. Ah ja. Macht aber nichts. Ich habe bei dem Schrank schon ein bisschen ausgeräumt. Du hast da den Weihnachtsbaum hingestellt. Es ist alles von Kabel. Ein bisschen haben wir was gemacht. Pc's funktionieren. Das ist erstmal das Wichtigste. Apropä Pc. Ich werde jetzt das Video bearbeiten. Oh, cool. Damit das dann morgen früh, morgen Mittag veröffentlicht wird. Damit ihr das sehen könnt, was wir so treiben. Was wir so treiben. Wir werden heute wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Nur ein bisschen chillen. Ich würde gerne weiter räumen, aber das geht mit Baby so schwierig. Ansonsten. Vielleicht morgen dann. Morgen steht nicht so viel an. Okay, na gut. Dann würde ich sagen, ciao, ciao.